steigen wir ein in den Tagesordnungspunkt 3. Wir kommen damit zur Fragerunde. Und es beginnt, wie ich es bei der Tagesordnung schon Ihnen mitgeteilt habe, Fraktion Die Linke und ich darf Frau Abel bitten. Herr Oberbürgermeister, Sie haben ja bereits sehr ausführlich ausgeführt zum Neubau des Klotscher-Schwimmbades und zur Bäder GmbH. Meine Fragen, die ich stellen wollte, sind dabei noch nicht beantwortet worden. Bis Mitte Januar konnten wir ja davon ausgehen, dass in Klotscher im Jahr 2026 eine neue Schwimmhalle auf der Königsbrücker Landstraße 100 stehen wird. Bis dahin sollte die alte und sehr marode Schwimmhalle noch in Betrieb sein. Wir konnten davon ausgehen, weil wir im Dezember 2022 im Haushalt Folgendes beschlossen haben. Dort stand im Band 4 der Investitions- und Finanzplanung der Bäder GmbH für den Neubau Schwimmhalle Klotsche für den Doppelhaushalt 2324 4,1 Millionen Euro und im folgenden Haushalt 2425 19,8 3 Millionen Euro. Im vergangenen Haushalt wurden bereits 2 Millionen Euro ausgegeben, um eine Altlastensanierung des Grundstückes vorzunehmen. In der Antwort an die Stadträtin Wendt vom 16.1. steht, dass mangelsgesicherte Gesamtfinanzierung die Maßnahmen nicht Bestandteil des Wirtschaftsplanes 23 der Bäder GmbH sind. Sie haben jetzt ausgeführt, warum. Was geschieht mit den beschlossenen und geplanten 20 Millionen, welche so im Beschluss stehen? Wie sollen bei Schließung der Alten Halle, denn das soll ja verkauft werden an ein Unternehmen, die Interessen der Sportvereine, die Absicherung des Schulschwimms und Angebot des öffentlichen Schwimms im Dresdner Norden auch für die Langebrücker Weichsdorfer und die umliegenden Gemeinschaften abgesichert werden? Und dass durch einen Erdbaurechtsvertrag mit der Sachsen Energie gesicherte Grundstück soll gekündigt werden, wurde ausgesagt. Gibt es Interessenbekundung Dritter an diesem Grundstück? Also, so wie Sie es ausgeführt haben, ist der Wirtschaftsplan in der Bäder GmbH beschlossen worden. Also, dass zunächst, um die Deckelung auf den Verlust von 15 Millionen einzuhalten, sich im Prinzip keine weiteren zusätzlichen Bäder in das Portfolio aufgenommen werden können. Es gibt, wie ich es vorhin ausgeführt habe, den Bericht an den Gesellschafter nach Beschluss des Aufsichtsrates der TWD, der die finanzielle Entwicklung aufsieht. Ich habe gesagt, Sie bekommen mit einem Verfahrensvorschlag, das in den nächsten Tagen dann übermittelt. Und wir müssen sowohl in den Fachausschüssen wie im Finanzausschuss diskutieren, wie können wir die entstandenen Lücken miteinander deckeln. Aktuell gibt es jetzt keine Verkaufs- oder Kaufabsicht des Altbades in Klotsche. Und was das Grundstück angeht, das gilt es miteinander zu diskutieren. Da sollten wir zunächst erstmal dafür sorgen, dass das Grundstück weiterhin für die Stadt gesichert bleibt und natürlich für das Bad anderer Interessenten sind uns nicht bekannt. Ich habe noch eine Nachfrage. Die Entscheidung für einen Neubau ging ein langer Diskussionsprozess voraus und eine Beteiligung von den gewählten Gremien, der Vereine und der Bürgerinnen. Wie sieht es aber mit der Beteiligung bei der jetzigen Entscheidung aus? Das habe ich Ihnen ja gesagt. Also es wird ein Verfahrensvorschlag Ihnen übermittelt und dann können wir in den Gremien darüber diskutieren, wie schaffen wir eine Finanzierung zu stemmen, sodass wir auch dauerhaft dann in eine Umsetzung gehen können. Im Moment ist eine Deckungslücke in mehrerlei Hinsicht immer da. Und von der Seite her kann die Bäder GmbH noch nicht mit dem Investitionsvorhaben starten, wenn sie es nicht groß finanziert hat. Danke. So, als nächstes habe ich fragend die CDU-Fraktion, Herr Böhm. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, Schwimmbäder 2.0. Es hat sich ja offensichtlich nie so als Erfolgsmodell herausgestellt, dass wir eine Personalunion hatten von Finanzbürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender Böder GmbH. Und es stellt sich natürlich jetzt schon die Frage, auch nach dem, was Sie vorhin gesagt haben, welchen Wert Stadtratsbeschlüsse haben, wenn zum Schluss eine hundertprozentige Tochter in Ihren Wirtschaftsplänen macht, was Sie denkt. Thema Sachsenbad, Herr Oberbürgermeister, da sind Sie ja selber ein bisschen in der Bringschuld. Sie haben ja den Tieschnern versprochen, dass Sie da eine Lösung finden wollten. Sie hatten das Problem dann an den Dr. Lames übergeben damals. Und wir warten ja bis heute auf einen Vorschlag für die Finanzierung. Ich meine, da ist schon ein bisschen Geld da und wir warten im Vorschlag für einen Standort. Da ist bislang immer noch nichts da. Jetzt machen wir uns natürlich Sorgen, ob hier das ähnliche Dilemma droht wie in Klotsche. Da hätte ich gerne eine Antwort von Ihnen. Es ist durch die Presse gegangen, das Thema Elbermahre. Wie sieht es da aus, also dass da möglicherweise die Schwimmflächen langfristig nicht gesichert sind, weil es auch wahrscheinlich eines der Schwimmbäder ist, soweit wie mir bekannt ist, was die höchsten Defizite aufweist. Dresdner Osten hat der Stadtrat auch beschlossen, dass da was geprüft werden soll. Bislang haben wir davon auch nichts gehört. Und gibt es jetzt schon Konkretes, wie mit den gestiegenen Energiekosten umgegangen werden soll, ohne dass man Bäder schließt? Also, fangen wir mal mit dem Sachsenbad an. Hier hat die Bäder GmbH zunächst pünktlich, auch wie im Ratsantrag war, eine Standortuntersuchung zur Ende 2021 an die Stadt übergeben. Es gab dann weitere Untersuchungswünsche, die dann noch in die Betrachtung zusätzlich eingeflossen sind. So, dass mit dem Gesamtkomplex im Sommer, im Juli letzten Jahres, das an die Stadt übergeben worden ist. Daraus ist eine Beschlussvorlage erstellt worden, die, wie es üblich ist, zunächst erst einmal in den Verwaltungsumlauf gegangen ist. Da gab es sehr, sehr umfangreiche Anmerkungen aus den Fachämtern. Und im Moment befinden sich die Kollegen in der Auswertung und Erstellung, dann in die Einarbeitung dieser Punkte, die vorgetragen worden sind. Das ist vorgesehen, so nach derzeitigen, kennen die ich dann jetzt im ersten Quartal diesen Jahres mit, einer Vorlage zur Standortuntersuchung Sachsenbad, dann die Gremien zu erreichen. Vielleicht mal soweit der Sachstand Sachsenbad. Am Elbermahre ist es so, dass wir, oder die Bäder GmbH, einen Mietvertrag hat über das Elbermahre bis zum März 2025. Und dann eben die Entscheidung gilt für die Stadt oder eben für die Bäder GmbH, wie geht es fort. Es ist so, dass das Bad mittlerweile 30 Jahre in Betrieb ist und das zu vermuten sind, dass da auch hohe Sanierungskosten anfallen. Aber das ist dann in der Gesellschaft zu diskutieren, wie soll man nach dem bisherigen Vertragslaufzeit damit umgegangen werden. Diese Entscheidung steht aus. Bis jetzt ist 25 Ende der Vertragslaufzeit. Was die im Dresdner Osten sind, sind entsprechende Standortvorschläge vom Stadtplanungsamt an die Bäder GmbH übergeben worden. Die werden derzeit geprüft auf Eignung. Und wenn die Ergebnisse vorliegen, kann darüber diskutiert werden. Und was die Kosten, sagen wir mal Einsparung angeht, um mit den gestiegenen Energiekosten umzugehen, so sind von der Bäder GmbH folgende Maßnahmen bisher umgesetzt worden. Es hat Temperaturabsenkungen gegeben, es hat ja Teilschließungen zeitweise von Bädern und Saunen gegeben zur Energieeinsparung. Und es wird Durchführung eines Energiemanagements zum Einsatz regenerativen Energien. Im Moment ist ausgeschrieben unter anderem eine Photovoltaikanlage am Schwimmsportkomplex Freiberger Platz. Und da wird entsprechend derzeit die Grundlagen erarbeitet. Und auch bei weiteren Standorten ist Ähnliches vorgesehen. Herr Oberbürgermeister, erlauben Sie mir noch eine Nachfrage, bitte. Es war ja schon für 2020 eine Evaluierung des Bäder-Konzeptes vorgesehen gewesen. Jetzt hat die SPD, habe ich gesehen, da einen Antrag gestellt, um dieses Thema ein Stück voranzubringen. Gibt es jetzt von Seiten der Verwaltung schon einen konkreten Zeitplan, wann der Stadtrat damit sozusagen nochmal in Befassung genommen wird? Also gerade unter den aktuellen Gegebenheiten habe ich das auch nochmal massiv hoch eingefordert. Unter den Rahmenbedingungen, die ich ja seit der Beschlussfassung ja deutlich geändert habe. Und man sieht das ja auch in der Betriebskostenentwicklung, müssen wir uns das eben nochmal anschauen. Ich gehe davon aus, dass wir das schon spätestens bis zur Sommerpause da haben, aber wir werden es auch nicht gleich im März vorlegen können. Okay, vielen Dank. So, dann setzen wir fort mit dem nächsten Fragenden, das ist für die SPD, Herr Engel. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, wir kommen zu Schwimmbad 3.0. Ich will an der Stelle erstmal den Kommentar loswerden, Herr Böhm, die beklagte Personalunion, die gibt es seit September nicht mehr. Wir bewegen uns so ein bisschen jetzt im Bereich Ihrer Mutmaßung, ob wir jetzt in derselben Situation wären, aber das ist eine ganz andere Frage. Die beiden Fragen, die ich hatte, hat Herr Böhm tatsächlich auch schon gestellt. Ich würde bei einem Aspekt, den Sie jetzt erwähnt hatten, Herr Oberbürgermeister, nochmal gerne aber nachfragen wollen. Sie sprachen davon, dass Sie das Thema Standortabwägung jetzt im ersten Quartal für den Standort Pieschen-Neustadt, also das, was im BEDER-Konzept vorgesehen ist, vorlegen wollen. Handelt es sich nur um eine reine Standortabwägung oder auch um ein Realisierungs- und Finanzierungskonzept, so wie es damals im Ratsbeschluss 2021 im Mai auch angelegt war. Also welchen Charakter wird diese Vorlage haben? Wird sie praktisch nur sagen, dort könnte man es machen oder wird sie umfassender tatsächlich das Ganze auch betrachten mit einem Realisierungshorizont? Kann ich Ihnen letztendlich beantworten, wenn wir es durch die Dienstberatung verabschiedet haben. Aber zunächst ist, und davon ist ja auch der zweite Teil ein bisschen abhängig, ist natürlich schon die Standortbetrachtung elementar wichtiger. Und auf dieser Basis kann man ja dann eine Kostenabschätzung erst sinnfällig machen. Aber im Moment kann ich Ihnen noch nicht final beantworten, weil wir dann noch in der tieferen Diskussion im Hause sind. So, wir machen weiter. Wir sind bei der FDP-Fraktion. Herr Zastrom. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, mal nicht zu den Bädern, sondern zum Thema Parken. Wir spannen den Burgen heute ganz breit. Aber nur mittelbar, weil eigentlich geht es um Digitalisierung. Denn wie es um Digitalisierung in unserer Stadt steht, wissen wir ja alle. Das ist oft ein Trauerspiel. Leider, nach wie vor, und besonders hat man das spüren können, wenn man in der Weihnachtszeit von hilflosen Touristen angesprochen worden ist, die die ja stark erhöhten Parkgebühren an den Automaten, zum Beispiel hier vorne am Rathaus oder sonst wo in der Stadt, bezahlen wollten, weil die betteln nicht um Kleingeld an. Denn leider haben wir es, obwohl es seit Jahren angekündigt worden ist, immer noch nicht geschafft, dass unsere Parkautomaten auf vernünftige Bezahlsysteme umgestellt worden sind, wie man sie überall in Europa auch wie selbstverständlich findet. Nämlich, dass man mit einer ganz normalen Kreditkarte oder einer EC-Karte oder gar mit Apple Pay oder wie auch immer zahlen kann. Das ist nach wie vor nicht möglich. Zuletzt übrigens vor anderthalb Jahren im Zuge der damaligen Parkgebührenerhöhung wurde es sogar am Amtsblatt angekündigt, dass es jetzt doch umgestellt werden soll. Man hatte ja, das war ja die Begründung gewesen, die neue Parkgebührenordnung abgewartet, um dann aber die Umstellung vorzunehmen. Damals, vor anderthalb Jahren, wurden gesagt, dass zunächst nach dem ersten Schritt, vor allem hier in der Innenstadt, in der Neustadt, 140 Automaten von den reichlich 400 umgestellt werden sollen. Deswegen meine Frage, wie viele sind denn jetzt umgestellt worden? Auf was sind sie umgestellt worden? Und wann werden die rechtlichen Automaten denn nun umgestellt sein? Also, im Moment ist, die Frage ist einfach zu beantworten, kein Automat umgestellt. Und ich will das auch mal kurz erläutern. Dafür ist es zunächst notwendig, dass ein Vertrag mit einem Zahlungsdienstleister abgeschlossen wird. Und das hat sich doch deutlich länger hingezogen als gedacht. Und wir sind jetzt auf der Zielgeraden, es wird avisiert, dass wir im Monat, im kommenden Monat, also im Februar, jetzt diese Vereinbarung tatsächlich zu einem Abschluss bringen. Auch mit einem, ich sage mal, mit vernünftigen Anforderungen. Ich habe da zwischenzeitlich auch Angebote auf den Tisch gehabt, wo man sagt, da durfte der Oberbürgermeister persönlich mal haften, nur dafür, dass eben die Kreditkartenzahlung, wie gesagt, ihr habt sie nicht mehr alle, mit Sitz in Irland. Also, insofern ist man jetzt in zahlreichen Verhandlungen, jetzt unter normalen, vernünftigen Rahmenbedingungen, wie man auch Vertrag abschließen kann, man jetzt auf der Zielgerade, dass das zum Abschluss kommt. Sobald der Vertrag abgeschlossen ist, wird dann schrittweise begonnen, im Stadtgebiet die Parkautomaten darauf umzurüsten, dass dann eben in Zukunft mit Kredit- und Debitkarten sowie mit Smartphones bezahlt werden kann. Aber im Moment ist es nicht eine Umrüstthematik bei den Parkautomaten, sondern das Problem ist, einen vernünftigen Vertrag mit den Zahlungsdienstleistern zu kommen. Aber das ist schon alles sehr, sehr peinlich, das muss ich doch mal ehrlich sagen. Und das kann man eigentlich kaum noch zugucken, weil wer sind wir? Wir sind Dresden, wir stehen nun gerade hier auch für Hochtechnologie und allem, was dazugehört. Wir leisten uns auch einen Eigenbetrieb IT, wenn ich das richtig sehe. Seit Ewigkeiten wird das versprochen. Übrigens, die Knöllchenkassierer sind ja trotzdem unterwegs. Und wenn du nicht bezahlen kannst, weil du so viel Kleingeld, und du brauchst ja wirklich eine ganze Menge, und die hast, und mit Scheinen kann man ja auch nicht bezahlen, dann gibt es gar keine Möglichkeit, als dass du das Knöllchen kriegst, und die verteilen die trotzdem. Und das ist dann wenigstens das Mindeste, dass man dann auf das Knöllchen verteilen oder sowas verzichten müsste, aber das macht man nie. Aber ich finde das wirklich langsam auch nicht mehr tolerabel, was da hier gemacht wird. Das steht unserer Stadt nicht zu... Nein, es geht hier wirklich nie um das Thema der Umrüstung, Nachrüstung oder der IT-Dienstleistung. Es geht im Moment um den Zahlungsverkehr im Vertrag abzunehmen. Verstehe ich, aber alle anderen kriegen es hin. Also es ist okay. Als nächste Fraktion sind die Freien Wähler, Freien Bürger an der Reihe. Frau Dagen. Ja, weiter zu einem leidigen Thema, was uns aber hoffentlich noch lange hier beschäftigt, folgende sogenannten einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, Am 31. Dezember 2022 lief die in § 20a Infektionsschutzgesetz geregelte Covid-19-Impf- bzw. Nachweispflicht aus. In einer Antwort auf eine Einwohneranfrage zu diesem Thema antworteten Sie am 24. November letzten Jahres wie folgt. Zum Stand 30. Juni 2022 wurden 167 Disziplinarverfahren eingeleitet. Sämtliche Verfahren wurden nach § 22 Absatz 3 Sächsisches Disziplinargesetz ausgesetzt. Soweit durch das Amt für Gesundheit und Prävention keine Sanktionen erfolgen, wird über den Fortgang der Disziplinarmaßnahmen entschieden, sobald feststeht, wann die einrichtungsbezogene Impfpflicht ausläuft. Dazu habe ich folgende Fragen. Erstens, was ist der aktuelle Sachstand hinsichtlich dieser Disziplinarverfahren? Zweitens, wie viele Bußgeldbescheide wurden auf Grundlage dieses Gesetzes gegenüber Mitarbeitern der Landeshauptstadt Dresden verhängt und drittens, darauf anschließend, wie viele von diesen Bußgeldbescheiden wurden vollstreckt? Also, so wie ich es gesagt habe, haben wir es auch umgesetzt. Mit Verfügung vom 17. Januar diesen Jahres wurden alle Disziplinarverfahren eingestellt und seitens des Ordnungsamtes wurden keine Bußgeldbescheide erlassen und damit auch entsprechend auch keiner, der das entsprechend zu bezahlen hatte. So, als nächstes kommen wir zur Fraktion Dissidenten. Herr Schmählich. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, ja, Paktas und Zerwander, sagen die Juristen. Gleiches sollte auch, nämlich die Einhaltung von Beschlüssen für den Stadtrat und die Stadtratsbeschlüsse gelten. Deshalb erinnere ich heute und nutze die aktuelle Fragestunde dazu, nach dem Verlauf und Verbleib eines Antrages, beziehungsweise eines Beschlusses des Stadtrates, der vor sechseinhalb Jahren getroffen wurde, zu fragen. Das ist schon sehr lange her, aber ich nehme an, der Stadtrat, für den ist das Thema Fairtrade so wichtig, dass jeder diesen Beschluss natürlich im Kopf hat. Deshalb erspare ich mir das Zitieren des Beschlusses und frage deshalb ganz konkret, nämlich da ging es darum, dass die Stadt sowohl bei den Eigenveranstaltungen als auch in den Verträgen mit Dritten, als auch im städtischen Unternehmen Sorge zu tragen habe, dass Artikel und Waren aus regionaler Herstellung und aus Fairtrade zum Einsatz kommen. Meine Frage ist also, wie ist der aktuelle Stand der Umsetzung, inwieweit wird der Beschluss bei den Vergaben und den öffentlichen Anlässen von Veranstaltungen umgesetzt, wird die Umsetzung auch in Verträgen mit Dritten, da sage ich mal zum Beispiel hier im Stadtratscatering, beachtet, inwieweit wurde der Beschluss bei den städtischen Unternehmen tatsächlich realisiert? Vielen Dank, Herr Schmählich, für die Frage. Also, alle Geschäftsbereiche der Landeshauptstadt sind aufgefordert, den entsprechenden Beschluss umzusetzen. Die Verpflichtung Dresden als Fairtrade-Town wurde in die interne Regelung der Dienstordnung der Vergabe aufgenommen. So werden beispielsweise bei öffentlichen Beschaffungen durch das Haupt- und Personalamt diese Anforderungen im Rahmen der vergaberechtlichen Möglichkeiten umgesetzt. Dies betrifft unter anderem, das gerade auch von Ihnen gefragte Dienstleistungsverträge mit Dritten, nämlich dem Veranstaltungskatering. Seit Beginn der Corona-Pandemie wird allerdings auf die Bewirtung bei Veranstaltungen fast gänzlich verzichtet, wenn überhaupt werden überwiegend Kaltgetränke aus der Region gereicht. Bei Vergaben wird diese Frage ebenfalls berücksichtigt. Ein Beispiel dafür ist die unterschwellen Konzessionen für die Versorgung der kommunalen Kindertagesstätten, Krippen und Rotte. Auch im städtischen Warenkorb findet für interne Beratungen beispielsweise für das Angebot von Kaffee, Tee oder Keksmischung der Fairtrade-Einkauf statt. Bei dem Beteiligungsmanagement hat natürlich auch bei den Unternehmen darauf hingewirkt. Hier bitte ich, dass wir es im Rahmen der schriftlichen Beantwortung zur möglichen Anfrage dann nochmal nachliefern können, wie der Umsetzungsstand in allen Unternehmen ist. Das war jetzt in der Kürze der Zeit bei den ganzen Beteiligungen nie alles zusammenpflegbar. Herr Schmiedig, das würde ich gerne nachliefern wollen. So, als nächstes kommen wir zur AfD-Fraktion. Herr Latzinski. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, in einer kürzlich beantworteten Anfrage führten Sie aus, dass für die Errichtung des Wohnheims für Asylbewerber auf dem Grundstück am Werk 1 in Dresden-Sporbitz bisher Kosten von rund einer Million Euro angefallen sind. Darin enthalten waren unter anderem die Dienstleistung zur Aufstellung und Anmietung der mobilen Raumeinheiten in Höhe von rund 700.000 Euro, die Ausstattung der mobilen Raumeinheiten mit rund 130.000 Euro und die Beauftragung eines Sicherheitsdienstes in Höhe von rund 55.000 Euro. Zudem teilten Sie mit, dass die Stesat als kommunale Entwicklungsgesellschaft als Bauherr eingesetzt wurde. Bei den Bauvorbereitungen und Arbeiten, welche bisher auf dem Grundstück stattgefunden haben, wurden in den letzten Monaten zudem eine Vielzahl an Gehölzen entfernt, die laut Gehölzschutzsatzung geschützt sind. In diesem Zusammenhang habe ich folgende Fragen. In welchem Zeitraum erfolgten jeweils die Ausschreibungen für die Anmietung der mobilen Raumeinheiten, für die Ausstattung der mobilen Raumeinheiten und für die Beauftragung des Sicherheitsdienstes? Welche Art der Vergabe wurde bei den jeweiligen Dienstleistungen gewählt und wie viele Bewerber gab es auf die jeweiligen Ausschreibungen? Weiter würde ich gerne wissen, wer für die Fällung der geschützten Gehölze auf dem Grundstück verantwortlich ist, wie viele geschützte Gehölze dort entfernt wurden und welche Ausgleichsmaßnahmen seit es der Stadt dafür beauflagt wurden. Um in der Beantworter ein bisschen Abwechslung reinzubringen, übernimmt das Herr Kühn. Ja, sehr geehrter Herr Lazzinski, mit der Beschaffung und Errichtung der mobilen Raumeinheit am Standort am Werk 1 wurde die städtische Stesat GmbH im Rahmen einer Inhouse-Vergabe beauftragt und zur Beschaffung der mobilen Raumeinheiten hat die Stesat wiederum auf ein vergleichbares Vergabeverfahren zum Aufbau und Vorhaltung von solchen mobilen Raumeinheiten im Zusammenhang mit temporären Schulbauten zurückgegriffen. Das wirtschaftlichste Angebot der vorgenannten Ausschreibung sowie weitere an die Stesat GmbH übermitteln Angebote wurden im Zeitraum Ende drittes Quartal bis viertes Quartal 2022 ausgewertet, geprüft und verglichen. Und das wirtschaftlichste Angebot ist nunmehr Partner bei der Errichtung der Container am Standort am Werk 1. Auf Grundlage von Abstimmungen zwischen Landshauptstadt Dresden und der Stesat GmbH erfolgte die Ergänzung des Leistungsumfangs um die Themen der Ausstattung, ebenfalls notwendiger Sicherungsmaßnahmen, zeitlich leicht versetzt. Die Sicherung des Objekts bzw. des Standorts wird durch die Stesat GmbH aktuell im Rahmen der Ergänzung bzw. des gewünschten Betreiberkonzepts abgesichert. Und zu Ihrer zweiten Frage. Für die Genehmigung der Fällung ist das Umweltamt als Natur- und Landwirtschaftsbehörde, Sachgebiet Gehölzschutz und Bauordnung zuständig. Insgesamt wurden sechs Gehölze, davon drei Bäume, drei Großsträucher zur Fällung freigegeben und Eingriffe in Schutzbereiche von neun Gehölzen genehmigt. An sieben Gehölzen waren nachträglich korrigierende Eingriffe zum Ausgleich der durch die ungenehmigte Eingriffe verursachten Schäden notwendig. Aktuell sind elf Gehölze in den angegebenen Qualitäten als Ersatz zu pflanzen. Sterben beschädigte Altgehölze ab, erhöht sich die Zahl der Ersatzpflanzungen wesentlich. Vielen Dank. Da hätte ich dann doch noch eine Nachfrage, da die Antwort zu Frage 1 relativ vage war. Ich hatte ja nach konkreten Zeiträumen gefragt, auch nach Anzahl der Bieter und auch nach der Art des Vergabeverfahrens. Würde ich gerne mal nachfragen, wenn Sie es nicht direkt parat haben, dann auch gerne schriftlich im Nachgang. Da bedarf es dann der Zuarbeit der Stesat, wenn Sie die genauen Daten haben wollen. Das lässt sich sicherlich im Nachgang auf dem schriftlichen Weg bewerkstelligen. Dann würde ich darum bitten. Vielen Dank. Okay. So, damit kämen wir zum Abschluss der ersten Fragerunde und das ist für Bündnis 90 Die Grünen. Frau Kaspari. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, der Königswaldplatz in Klotsche, das ist ein ziemlich großer, freier Platz an der Boltenhagener Straße mit einigen Straßen, die in diesen Platz münden. Als Teil eines Schulweges ist er für Schulkinder genauso wie für andere FußgängerInnen unübersichtlich und deshalb schwer zu überqueren. Deshalb wurde er 2014 in der Platzmitte schraffiert und einen Fußweg aufgezeichnet. Jetzt kann man täglich erleben, wie im Schnee ist es auch sichtbar, Autos kreuz und quer über diesen Platz fahren und FußgängerInnen dabei gefährden. Deshalb gibt es im Stadtteil Initiativen, die sich für eine neue Platzgestaltung zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und Erhöhung der Aufenthaltsqualität dieses Platzes einsetzen. In der gesamten Mobilitätswoche 2021 gab es täglich Veranstaltungen, die sehr gut besucht waren und es gab einen Prozess zur Ideenfindung vor Ort organisiert. Die Organisatoren der Aktion haben einen Sonderpreis für nachhaltiges Engagement erhalten und damit mit dem Preisgeld dann einen Baum und Sträucher in Pflanzkübeln gekauft und auf dem Platz aufgestellt. Eine Petition gab es 2022. Der wurde teilweise abgeholfen. Der Stadtbezirksbeirat Klotsche hat fraktionsübergreifend seine Unterstützung angekündigt. Die Dresdner Ortsgruppe, das VCD Ökologischen Verkehrsclub, hat die Aktionen alle unterstützt und viele Bürgerinnen und Bürger haben sich beteiligt. Nach Auslaufen der Sondernutzung durfte der Baum auf dem Platz stehen bleiben, aber die weitere Entwicklung des Platzes, die ist unklar. Deshalb frage ich Sie, für mehr Aufenthaltsqualität, durch Begrünung und mehr Schulwegssicherheit, durch eine bauliche Gestaltung des Königswaldplatzes in Klotsche. Gibt es bereits Pläne in der Stadtverwaltung, den Platz entsprechend dem Beschluss im Petitionsausschuss, eventuell auch in Tarimsweise, umzugestalten und zu entsiegeln? Und falls es diese Pläne gibt, wann wird das den Klotscher Bürgerinnen mitgeteilt und wann ist mit einer Umsetzung zu rechnen? Auch hier übernimmt der Bürgermeister Kühn die Beantwortung. Ja, sehr geehrte Frau Kaspari, für den Königswaldplatz wurde ein Interimskonzept erarbeitet mit Entsiedlung der derzeit markierten Sperrflächen. Das hatten Sie ja erwähnt, dass dort die Bereiche entsprechend markiert sind. Und diese Sperrfläche soll mit einer Begrünung in Form von Blumenzwiebeln mit einer Blühwiese und Sträuchern interimsweise entsiegelt und begrünt werden. Es wird noch geprüft, ob zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität dort auch noch Bänke aufgestellt werden können. Die Vorstellung des Interimskonzeptes ist geplant für den 6. März im Stadtbezirksbeirat Klotsche und der Umsetzungszeitraum befindet sich derzeit in der Abstimmung. Ziel ist es, das Interimskonzept noch dieses Jahr umzusetzen. Vielen Dank. Über eine schriftliche Beantwortung würde ich mich freuen. Danke. Gibt es ja selbstverständlich immer. Also, dann kommen wir zur zweiten Fragerunde und es beginnt wieder die Fraktion Die Linke, Herr Gießling. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, der Haushaltsbeschluss liegt ja noch nicht so lange zurück und wie Sie wissen, war es insbesondere auch für unsere Fraktion wichtig, dass die Förderung von Vereinen, Verbänden, Trägern der Sozialen, der Kulturarbeit und auch des Sports nicht gekürzt oder eingeschränkt wird. Im Verlauf der Haushaltsdiskussion hat uns die Verwaltung am 16.09. mitgeteilt, dass es für die konsumtive Sportförderung ein Defizit von 307.000 Euro gegenüber der Budgetvorgabe gab plus einige Energiekosten. Sie haben diesen Mehrbedarf in Ihrem Änderungsantrag vom 10. November Rechnung getragen für die 307.000. Die Energiekosten sind an einem anderen Punkt untergebracht und deshalb haben wir guten Gewissens diesen Haushalt an dieser Stelle so beschließen können. In der letzten Sportausschusssitzung ist dann zu meiner allergrößten Verwunderung und auch Verärgerung mitgeteilt worden, dass die Summe, die wir in den Haushalt eingestellt haben, nicht reichen wird, um alle Anträge zu bewilligen. Insbesondere, so hat ja dort sitzende Mitarbeiter erzählt, würde es wohl zu Kürzungen, zu Nichtbewilligungen von Anträgen im Kinder- und Jugendsport und im Breitensport kommen. Und daraus ergeben sich für mich drei Fragen. Die erste Frage, seit wann haben Sie selber gewusst, dass die eingestellte Summe im Haushalt nicht ausreichen wird? Die zweite Frage, wie hoch ist von heute aus prognostiziert der Fehlbedarf in diesem Bereich? Und die dritte Frage, werden Sie, Herr Oberbürgermeister, einen Vorschlag machen, wie dieser Fehlbedarf gedeckt werden kann? Also, im Wesentlichen kommt das auch dadurch zustande, dass im laufenden Haushalt, also jetzt sage ich 22, mehr Anträge eingegangen sind als das Volumina, was im Haushalt vorgesehen ist. Das läuft sich auf ca. 200.000 und eben vorgesehen ist, diese Anträge jetzt dann im Haushaltsmitteln 23 mit in die Bezuschlagung hinein aufzunehmen. Im Moment läuft hier noch die Antragsfrist, die bis zum 31. März dieses Jahres ist. Und dann kann man abschätzen, wie hoch ist das Volumina tatsächlich. Das sind ja zunächst Annahmen, die aus den Kostenentwicklungen ausgehen, die Annahmen, die ausgehen von dem, was im Jahre 22 an Anträgen gekommen ist. Und da ist auch eine gewisse Form von Nachholeffekt zu sehen gewesen. In der Nach-Corona-Zeit genau kann man das abschätzen, wenn der Antragstermin tatsächlich durch ist. Und wir haben ein Volumina entsprechend bestätigt. Und dann gilt es, wenn es tatsächlich überzeugt werden sollte, wieder Prioritäten zu setzen, wie es in vielen anderen Bereichen ja auch üblicherweise der Fall ist. Mehr Mittel geht nur dann, wenn wir mehr Mittel auf der Einnahmeseite haben. Das ist ja nie ausgeschlossen, dass wir dann feststellen, wir haben gute Jahresabschlüsse oder wir haben höhere Steuereinnahmen. Dann kann man nachsteuern. Aber ansonsten haben wir einen Rahmen, den wir miteinander gesteckt haben. Und in dem Rahmen müssen wir uns bewegen. So, dann kommen wir zur nächsten Fragenfraktion. Das ist die CDU, Herr Dietze. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, um den Bogen, den Herr Zastrow aufgespannt hat, breit zu machen, kommen wir zur Bildungspolitik. Die Schulsekretärinnen und Schulsekretär sind ein wichtiges Bindeglied zwischen Schule und Elternhäusern und eine wirksame Unterstützung für Lehrerinnen und Lehrer. Deshalb haben wir uns in den Haushaltsverhandlungen für die Aufstockung des Personals für Schulsekretariate stark gemacht. Hauptziel unserer Fraktion war eine durchgängige Besetzung aller Schulen. Das ist insbesondere bei den kleineren Schulen ein Problem. Bestes Beispiel ist die jetzt zur Eröffnung anstehende 33. Grundschule, schickes Gebäude, schicke Turnhalle, auch das Außengelände passt. Aber nach Richtlinien nur 20 Stellen im Bereich des Schulsekretariats, 20 Stellen wäre schön, aber 20 Stunden für das Schulsekretariat. Daher meine Frage, welche Schritte plant die Verwaltung zum Einsatz der 18 neuen Vollzeitstellen, um das Ziel abzusichern, eine durchgängige Besetzung in den Hauptgeschäftszeiten sicherzustellen? Vielen Dank. Ja, Herr Bürgermeister Donau ist schon ganz traurig gewesen, dass er bisher nie beantworten konnte. Jetzt geht es los. Also sehr geehrter Herr Tietze, nochmal den haushalttragenden Fraktionen vielen Dank, dass dort ermöglicht wurde, im Beschluss 18 VZE mit 18 VZE mehr zu planen. Wir haben gestern abschließend eine Runde mit Schulleiterinnen und Schulleitern gesessen, wo wir über mehrere Monate über ein Paket gesprochen haben, was die generelle Verbesserung der Situation in Schulsekretariaten angeht, wo ich schon mal ankündigen werde, dass wir am 7.2. im Bildungsausschuss dort unter Sonstiges berichten werden, welche Maßnahmen unabhängig jetzt von den 18 VZE geplant sind beziehungsweise in Angriff genommen werden, um erstens die Attraktivität der Sekretärinnen und Sekretärstellen zu erhöhen beziehungsweise aber auch die Zufriedenheit und natürlich auch damit zusammenhängend die Erreichbarkeit in den Sekretariaten. Was die konkreten 18 VZE angeht, haben wir in der Entscheidung getroffen, dass wir vorläufig befristet bis Jahresende, die Stellen immer vorbehaltlich dessen, dass die Landesdirektion unseren Haushalt auch bestätigt, an insgesamt 37 kommunale Schulen verteilen werden, zum einen, wo wir Arbeitsverträge von 20 auf 30 oder von 30 auf 40 Stunden dann aufstocken werden. Das ist in 31 Schulen ganz konkret der Fall. In weiteren sechs Schulen werden wir zusätzliche Stellen einrichten. Das hat immer damit etwas zu tun, wenn die an Schwellengrenzen angelangt sind bei der bisherigen Bemessungsrichtlinie, wo wir erwarten können, dass wir mit neuem Schuljahr einen Schüleraufwuchs haben, dass wir dort also vorzeitig reagieren können. Und wir werden derzeit weitere drei Stellen, erst mal oder drei VZE in den Springerpool bringen, um mit der derzeit laufenden Dauerausschreibung dort auch ein Stück weit besser reagieren zu können, wenn Krankheitsfälle beziehungsweise Sachen auftreten, wo also Sekretärin oder Sekretäre länger ausfallen. Generell wollen wir bis Sommer die Bemessungsrichtlinie, die 2017 beschlossen worden ist, überarbeiten. Insofern dort das auch natürlich dem Bildungsausschuss und dem Stadtrat vorlegen. Deswegen also auch diese Befristung der 18 VZE, weil es wäre jetzt nicht so sinnvoll gewesen, die schon dauerhaft zu verteilen und dann die Bemessungsgrundlage zu verändern, um festzustellen, dass man noch mehr Stellen braucht. In dieser Arbeitsgruppe werden wiederum Schulleiterinnen und Schulleiter mitarbeiten. Wir werden auch dort die Sekretärinnen und Sekretär einbeziehen, um da sehr basisnah die Überlegungen weiterzuentwickeln. Die Richtlinie ist nun ein Stück weit in die Jahre gekommen. Bedingungen haben sich verändert. Und wir werden auch sehr eng mit dem Kultusministerium zusammenarbeiten, weil sich auch dort die Anforderungen aus der Sicht des SMK, Stichwort Digitalisierung etc. verändert haben, sodass wir dann als Ziel uns gesteckt haben, im Sommer eine runde Sache vorlegen zu können. Und da kann es durchaus sein, dass es nochmal zu Veränderungen kommt in den Verteilungen der Sekretärinnen und Sekretärstellen. Aber zunächst erstmal haben wir diese 18 VZE so verteilt, wie ich es gerade gesagt habe. Danke. So, wir setzen fort mit der nächsten Fraktion. Das ist die SPD, Herr Dries. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, der Freistaat Sachsen hat inzwischen die Möglichkeit geschaffen, dass geförderte landesweit tätige freie Träger eine Grundausstattung an Personal und Personalmittel für fünf Jahre beantragen können und auch beschieden bekommen vom Freistaat. In der Landeshauptstadt hat die Stadtverwaltung diese Möglichkeit bisher verneint. Und da stellt sich uns natürlich die Frage, welche Regelungen ermöglichen es dem Freistaat Sachsen, so etwas zu machen und verweigern es aber gleichzeitig der Landeshauptstadt Dresden, ähnliche Verfahren zu wählen. Und direkt anschließend die zweite Frage, ob es innerhalb der Stadtverwaltung Planungen gibt, beim Thema mehrjährige Förderung von freien Trägern in der Praxis was zu verändern und den Trägern darüber mehr Sicherheit zu geben. Die Beantwortung würde auch hier Herr Kollege Thunhaus übernehmen. Ja, lieber Herr Drews, die Beantwortung ist schon eine größere Herausforderung. Deshalb also von vornherein schon mal das Angebot, dass wir uns da vielleicht noch mal nächste Woche bei mir zusammensetzen, vor allen Dingen um noch mal zu eruieren. Das konnte uns in der Kürze der Zeit niemand erklären, ob es wirklich so ist, dass es eine Fünfjahresförderung im Land gibt, weil auch das Land ist an Doppelhaushalte gebunden. Deshalb wollen wir das schon noch mal miteinander besprechen, ob das so ist und welche Grundlagen dort gelegt worden sind, damit das dann auch für die Kommune möglich ist. Unsere Basis ist allerdings, und die verhindert es derzeit, die Rahmenrichtlinie für die Erarbeitung von Förderrichtlinien zur Gewährung von Zuwendung der Landeshauptstadt Dresden, die der Stadtrat auch somit beschlossen hat. Das sind ja Geschäftsbereiche 1, 2, 4 und 5 betroffen, wo also Förderrichtlinien laufen und wo entsprechende Fördermittel jährlich zurzeit jährlich ausgereicht werden. Da würde ich aber vorschlagen, dass wir uns wie gesagt nächste Woche vielleicht noch mal zusammensetzen, um mal diese Fünfjahresfrist, was das Land angeht, zu besprechen. Wenn es da Möglichkeiten gäbe, ist es aus meiner Sicht natürlich auch denkbar, hier einen Vorschlag zu unterbreiten, der aber wiederum durch den Stadtrat bestätigt werden muss, dann in eine Mehrjahresfahrung zu gehen. Also ich kann Ihnen zumindest die Rechercheleistung schon abnehmen, dass es das in der Realität gibt. Ich habe selber so einen Antrag für meinen Arbeitgeber gestellt und die entsprechenden Bescheide auf meinem Schreibtisch liegen vom Freistaat. Aber genau, ich bin da sicher, Sie kriegen das raus, wie der Freistaat das macht. Okay, aber vielleicht treffen wir uns trotzdem mal. So, wir setzen fort mit der nächsten Fraktion, FDP, Herr Fischer. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, als Bewohner des trefflichen Dresdner Nordens wissen Sie, dass es dort die Staatsstraße 180 gibt, eine sehr wichtige Straße, die Langebrücker Straße. Nicht nur, weil sie in den Dunstkreis eines sächsischen Landtagsabgeordneten führt, nicht nur, weil Kelten dort vor Tausenden von Jahren ein Grab hinterlassen haben, was wir Geschichtler gefunden haben, nicht nur, weil eine Vorbereitung schon erfolgt ist als Baustraße für das Klotscher Schwimmbad und nicht nur, weil dort jährlich die Frösche die Straße queren, die wir aber liebevoll am grünen Zaun abfangen und zum Teil rübertragen und auch nicht nur, weil dort der Eichenprozessionsspringer voriges Jahr uns große Sorgen machte und der Forst musste ganz schön keulen, da oben die Dinger rausholen. Aber ich will was anderes fragen. Ich nutze diese Straße jeden Tag und bin erschrocken, nachdem die Höchstgeschwindigkeit auf dieser Straße zwischen Klotsche und Langebrück bereits im Frühjahr 2021 auf 70 reduziert wurde, was man mit dem Fuß gerade noch so schafft. Ist dort seit diesem Jahr nur noch Tempo 50 zulässig? Was bei vielen Einwohnern der Ortschaft auf Unverständnis stößt. Gegenüber der Presse hatte die Verwaltung erklärt, dass unter anderem die hohe Anzahl an Wildunfällen auf der Strecke zu der Anordnung geführt habe. Na gut, wenn man Frösche dazu zählt, dass das Wild ist, dann gab es schon mal Unfälle. Da sich der straßenbegleitende Weg in schlechtem Zustand befindet, wird die Straße von vielen Radfahrern mitgenutzt, was besonders bergauf zu einer weiteren Verlangsamung des Verkehrs führt. Unter 50. Obwohl Baumaßnahmen im Radverkehrskonzept beschlossen wurden, ist noch keine Verbesserung der Situation in Aussicht. Deshalb habe ich zwei kurze Fragen. Wie viele Wildunfälle wurden denn auf dieser Straße seit der Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit auf 70 erfasst? Und im zweiten Teil, welche Maßnahmen zum Erwerb und der Umwidmung des Waldweges entlang der Langebrücker Straße wurde ergriffen? Zu welchen Ergebnissen kam die Variantenuntersuchung zur Schaffung einer Alltagsradverbindung zwischen Klotsche und Langebrück? Denn seit dem Schließen des kleinen Tunnels muss ja jetzt jeder auf der rechten Seite fahren. Die Beantwortung übernimmt der Bürgermeister Kühn. Ja, sehr geehrter Herr Stadtrat Fischer, ich kann Ihnen bestätigen, dass weder die Kelten noch die Frösche noch der Eichenprozessionsspinner mit der derzeitigen Änderung der Änderung der Höchstgeschwindigkeit was zu tun haben auf der 180, sondern die derzeitige Änderung erfolgte aufgrund der starken Straßenschäden. Diese wurden durch den zuständigen Baulastträger, das ist nicht die Landeshauptstadt Dresden, sondern das ist das Landratsamt Bautzen festgestellt und danach die Beschilderung angepasst. Sobald die Witterungsbedingung eine Reparatur mit Heißmischgut zulässt, wird diese durchgeführt und die Beschilderung anschließend wieder entfernt. Eine Änderung der Geschwindigkeitsbeschränkung im eigentlichen Bestand, also 70 kmh, ist seitens der Straßenverkehrsbehörde nicht vorgesehen. Aktuelle Zahlen von Wildunfällen liegen der Straßenverkehrsbehörde nicht vor und hatten eben auch nichts mit der veränderten Höchstgeschwindigkeit zu tun. Bei dem Weg handelt es sich nicht um einen Waldweg, es ist als straßenbegleitender Gehweg Bestandteil der nach dem Sächsischen Straßengesetz gewidmeten Straße. Die Langebrückerstraße zwischen der Eisenbahnüberführung und der Klotscherstraße ist Bestandteil des künftigen Radschnellwegs Dresden-Radeberg. Die Machbarkeitsstudie hatten wir ja schon vorgestellt und ist abgeschlossen und gegenwärtig wird ein Fördermittelantrag für die nächsten Planungsphasen erstellt. Wir sind sehr zuversichtlich davon aus, dass wir auch vom Freistaat Sachsen die Förderung bekommen und dann die Planung fortsetzen können. Das war ja mal eine ganz klare Aussage von Herrn Kühn. Vielen Dank. Gerne. Als nächster frage der Fraktion Freie Wähler, Freie Bürger, Herr Nietzsche. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren. Mir geht es um die Verwaltungsunterbringung. Verwaltungsunterbringung. In der Vorlage V1940-17 Verwaltungsunterbringung 2030, Ziele und Standortkonzept für das Stadtzentrum aus dem Jahr 2017 wurde der Stadtrat informiert. Ich zitiere. Die Unterbringung der Verwaltungsdienststellen der Stadtverwaltung wird sich in den nächsten Jahren grundlegend ändern. Hierfür gibt es drei Hauptgründe. Erstens die Investitionsabsichten des Eigentümers der Mietobjekte Grunauer Straße 2 und St. Petersburger Straße 9 ab 2019. Zweitens der kontinuierliche Personalzuwachs in den Geschäftsbereichen. Drittens die Fortsetzung der notwendigen Komplettsanierung des neuen Rathauses und zweiten Realisierungsabschnitt. Die Mietverträge des Standorts Grunauer Straße 2, St. Petersburger Straße 9 laufen 2019 aus. Damit müssen etwa 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neu untergebracht werden. Weiter heißt es in der Vorlage, grundsätzlich werden für die Unterbringung der zentralisierbaren Verwaltungsbereiche und der Kernverwaltung mittelfristig drei eigene zentrale Verwaltungsstandorte im innerstädtischen Bereich angestrebt. Diese drei Standorte sind erstens der Neubau eines Verwaltungszentrums auf dem Ferdinandplatz, zweitens das Ordnungsrathaus in der Theaterstraße, drittens das neue Rathaus Dr. Kölzring 19, in dem wir uns befinden. Zitat Ende. Ich habe folgende Fragen. Erstens, welches Konzept zur Verwaltungsunterbringung verfolgt die Landeshauptstadt Dresden aktuell? Und wann werden die Ergebnisse der Evaluation der Verwaltungsunterbringung 2030 vorgelegt? Welche dem Stadtrat bereits im Frühjahr 2021, also vor nunmehr zwei Jahren angekündigt wurde? Zweitens, wann legen Sie dem Stadtrat die Vorlage zum Anbau am Ordnungsrathaus in der Theaterstraße vor? Diese wurde dem Stadtrat für das Jahr 2019, also vor nunmehr vier Jahren angekündigt und in den Beschlusskontrollen seither stets als Innenbearbeitung beschrieben. Und drittens, welche konkreten sachlichen Gründe sprechen gegen eine Anmietung von modernen Büroflächen, zum Beispiel im World Trade Center? Auch hier übernimmt die Beantwortung Herr Bürgermeister Kühn. Also das Konzept zur Verwaltungsunterbringung 2030 plus ist verwaltungsseitig erstellt und befindet sich in der finalen Abstimmung. Ich gehe davon aus, dass das Konzept im ersten Quartal diesen Jahres an die Gremien überwiesen werden kann. Und Ziel ist es, eine bürgerfreundliche Verwaltung zu etablieren. Das bedeutet dann konkret eine Zentralisierung der konzentrierbaren Verwaltungsaufgaben, vorrangig in Immobilien, welche sich im Eigentum der Landeshauptstadt Dresden befinden. Die neuen Verwaltungsstandorte sollten deshalb einen modernen Bürgerservice bieten, die den digitalen Wandel der Verwaltung abbildet, mit zukunftsfähigen Bürokonzepten wie mit offenen Arbeitswelten. Die Kernverwaltung ist das Ziel im Stadtfenstum zu konzentrieren, damit die Bürgerinnen und Bürger kurze Wege haben. Sie haben noch gefragt nach den Gründen für die Lingener Allee 3 versus dem Verwaltungsstandort World Trade Center. Wir brauchen ja für die Sanierung des Ordnungsrathauses und der weiteren Sanierung des neuen Rathauses, wir befinden uns ja im sanierten Bereich des neuen Rathauses und der überwiegende Teil des Rathauses muss also grundhaft bis 2029 saniert werden. Da brauchen wir also Auslagerungsobjekte. Insofern standen dort mehrere Optionen zur Verfügung, im Wesentlichen eben die Lingener Allee 3 und das World Trade Center. Zum Vergleich, die Lingener Allee bietet 38.000 Quadratmeter verfügbare Gesamtfläche, das World Trade Center nur 33.000. Die Lingener Allee bietet zusammenhängende Flächen, das ist beim World Trade Center nicht der Fall. Wir haben auch beim World Trade Center, oder hätten beim World Trade Center auch zwei Verhandlungspartner, nicht nur einen. Offene Arbeitswelten sind in beiden Standorten möglich, anders als beim World Trade Center sind bei der Lingener Allee 300 Stellplätze zur Verfügung stehend. Wir haben ja in der Vorlage deutlich gemacht, dass wir dort auch Unterbringungskapazitäten mit der ehemaligen Cityherberge für Geflüchtete ermöglichen können. Zu der Aufgabe Unterbringung sind wir gesetzlich verpflichtet. Der Mietzins in der Lingener Allee 3 sind 9,50 Euro, in der World Trade Center von 12,50 Euro bis 17,50 Euro. Die Betriebskosten, die abgerechnet waren bei der Lingener Allee 3, da sind wir ja auch schon in der Verwaltungsunterbringung drin, 3,20 Euro, im World Trade Center 3,61 Euro. Die Vorteile der Lingener Allee 3 ist unmittelbar näher zum Stadtzentrum und dem neuen Stadtforum. Es ist ein größeres Flächenangebot, was also die Unterbringung weiterer Organisationseinheiten ermöglicht. Ich erinnere an das Thema Wohngeld. Beides sind etablierte Verwaltungsstandorte. Es ist so, dass der Ausstattungsstandort beim World Trade Center höher ist. Entsprechend sind die Umbaukosten in der Lingener Allee höher als beim World Trade Center. Aber wenn wir über zehn Jahre den Gesamtkostenvergleich vornehmen, und das haben wir gemacht, das kriegen Sie dann in der schriftlichen Beantwortung nochmal übermittelt, kommen wir dazu, dass der Standort Lingener Allee knapp 5 Millionen Euro günstiger ist. Insofern haben wir die wirtschaftlichste Lösung Ihnen zur Unterbringung der Verwaltung vorgeschlagen. Also Sie sehen die modernen Arbeitswelten sozusagen eher auf der Lingener Allee als im World Trade Center. Nein, nein, das ist beides möglich. Also an der Stelle unterscheiden sich die Standorte nicht. Das sind beide, also ich sage jetzt mal die klassischen, als auch die offenen Arbeitswelten sind in beiden Standorten möglich. Also das war sozusagen nicht das entscheidende Kriterium für den einen oder gegen den anderen. Das ist bei beiden möglich. Sie haben mir den zweiten Teil meiner Frage leider nicht beantwortet, deswegen würde ich den nochmal wiederholen. Wann wird uns die Vorlage zum Anbau am Ordnungsrathaus Theaterstraße, die für das Jahr 2019 zugesagt war, vorgelegt? Und aus dem, was Sie jetzt gerade ausgeführt haben, schließe ich, dass die Unterbringung, denn Sie haben es ja sozusagen gemeinsam behandelt, die Unterbringung der Asylbewerber ja gemeinsam in einer Vorlage mit der Unterbringung der Verwaltung behandelt wird, auch für zehn Jahre auf diesem Standort stattfinden soll. Also erstens die Frage zur Theaterstraße bitte nochmal beantworten und zweitens meine Nachfrage auch. Also zunächst ist es so, dass auf meinem Zettel, also was mir als Antwort übermittelt wurde, die Frage mit dem Ordnungsrathaus nicht aufgeführt war, aber ich kann sozusagen aus dem Gedächtnis sagen, das Ziel ist, das Ordnungsrathaus sozusagen ab 2025 in die grundhafte Sanierung zu bringen. Entsprechend muss vorher die Vorlage natürlich durch die Gremien gehen. Ich würde dann aber schriftlich nachweisen, wie genau der Zeitpunkt ist. Aber es ist klar, wenn ab 2025 saniert werden soll und die Gremien eingebunden werden müssen, muss diese Vorlage relativ zeitnah dann auch das Licht der Welt erblicken. Und zu der Frage, ob wir für zehn Jahre auch Geflüchtete in der ehemaligen Cityherberge unterbringen, es ist so, dass wir an einer Strategievorlage arbeiten, die das Ziel hat, dauerhaft für die Unterbringung von Geflüchteten Vorhaltekapazitäten, also Stand-by-Kapazitäten, bereitzustellen, weil wir gesehen haben, dass erstens die Ereignisse in den Jahren 2015, 2015, 2016 keine einmaligste Situation waren, wie wir jetzt eben feststellen. Und die Lehre daraus ist, dass man entsprechende Vorhaltekapazitäten braucht. Das ist übrigens damals auch vom Stadtrat beschlossen worden, aber die finanziellen Ressourcen dafür sind nicht bereitgestellt worden. Jetzt ist auch die Diskussion eine andere auf Landesebene, auf Bundesebene hinsichtlich der Frage der Unterstützung der Kommunen für diese Aufgabe, weil das ist natürlich mit Investitionen verbunden und mit Folgekosten. Und insofern geht es darum, mit diesem Standort und mit anderen Standorten dafür zu sorgen, dass wir eben diese Vorhaltekapazitäten dauerhaft haben, um beispielsweise nicht in die Notwendigkeit von Anmietungen von Objekten wie die Messe, die eben nicht geeignet sind, für eine längerfristige Unterbringung oder Turnhallen oder Zeltstädte oder Ähnliches zu kommen, sondern so wie es der Stadtrat auch beschlossen hat, mit den Unterbringungsstandards, diese eben mit solchen Einrichtungen, die dauerhaft zur Verfügung stehen, eben auch zu gewährleisten, was eben bei Ad-hoc-Anmietungen oder gar in Hotels, wo wir ja gerade Geflüchtete auch unterbringen müssen, so nicht möglich ist. Insofern ist das ein Standort, den wir vorschlagen, solange wie die Laufzeit eben auch für die Verwaltungsunterbringung ist, dann auch eben entsprechend des Bedarfes für Geflüchtete zu nutzen. Sollte dieser Bedarf entfallen, ist sicherlich die Möglichkeit sozusagen, das Objekt dann zwischenzeitlich anders zu nutzen, aber immer so, dass man auf diese Kapazitäten mit der entsprechenden notwendigen Vorlaufzeit dann zurückgreifen kann, um dort dem gesetzlichen Auftrag dann auch zu folgen. Vielen Dank. So, damit setzen wir fort mit der Fraktion Dissidenten, Herr Lichty. Meine Frage beschränkt sich mal wirklich auf nur zwei Fragen, ohne Vorrede, Einordnung und Co-Referat. Sie lautet wie folgt, Erstens beabsichtigt der Oberbürgermeister die Rechtsgültigkeit des Bebauungsplans Bremer Straße zur Ansiedlung großflächigen Einzelhandels rechtsverbindlich von dem Verkauf bis zuweilen Tausch des Geländes im Eigentum des Unternehmens Globus am alten Leipziger Bahnhof an ein städtisches Unternehmen oder die Stadt abhängig zu machen. Frage 2 Welche rechtliche Konstruktion in welchem Dokument strebt die Stadtverwaltung konkret an, um diese Bedingungen rechtsverbindlich für das Unternehmen Globus umzusetzen? Auch hier übernimmt die Beantwortung Herr Bürgermeister. Ja, sehr geehrter Herr Lichty, der Nachweis der Grundstücksverfügbarkeit durch Globus im Bereich des Bebauungsplans 6044 Hamburger Straße Bremer Straße ist zwingende Voraussetzung für den Satzungsbeschluss. Das heißt, im Rahmen des laufenden Verfahrens zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 6044 besteht das Erfordernis des Abschlusses eines Durchführungsvertrages. Dieser muss vor dem Satzungsbeschluss, das macht ja der Stadtrat, zwischen den Vertragsparteien abgeschlossen werden. Hier wiederum besteht das Erfordernis, dass der Vorhabenträger, sprich die Grundstücks-GbR Globus Holding, noch vor dem Satzungsbeschluss eine Verfügungsbefugung in Bezug auf die relevanten Flächungen im Geltungsbereich des Bebauungsplans besitzt. Bezogen auf die in diesem Zusammenhang laufenden Grundstücksverhandlungen zum Flächentausch in den Plangebieten Hamburger Straße, Bremer Straße und alter Leipziger Bahnhofs ist demzufolge zu konstatieren, dass hier grundsätzlich ein erfolgreicher Abschluss der Grundstücksverhandlungen und zwar noch vor dem Satzungsbeschluss des Vorhabenbeziehungsbebauungsplans erforderlich ist. Vielen Dank. Wenn ich jetzt noch mal ans dritte Semester Zivilrecht zurückdenke, dann fällt mir ein, muss denn die Vormerkung beispielsweise schon bewilligt sein oder wird das Ganze nur rein schuldrechtlich abgewickelt? Sie erinnern sich, Herr Bürgermeister, ich habe genau diese Frage schon mehrfach im Ausschuss gestellt und ich hoffe, dass die Verwaltung dazu mittlerweile sich eine Meinung gebildet hat. Schuldrechtliche oder dingliche Sicherung ist das Stichwort. Da ich ein anderes Studium absolviert habe als Sie, würde ich diese Frage schriftlich beantworten. Dankeschön. Wir setzen fort mit der nächsten Fragenfraktion, das ist die AfD. Herr Vetterlein. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, wir haben ja schon sehr viel heute Fragen und Antworten zur Schwimmhalle in Glotsche gehört. Das zeigt natürlich die Unsicherheit zu diesem Thema, zeigt auch, wie wichtig das Thema ist, zeigt vor allem auch, dass es nicht nur die Bürgerinnen und Bürger im Norden von Dresden umtreibt, sondern für ganz Dresden wichtig ist. Deshalb habe ich auch noch mal einige Fragen dazu. Mir geht es allerdings um den aktuellen betriebbefindlichen Teil, das heißt die Schwimmhalle und die Sporthalle in Glotsche. Meine Fragen wären dazu, wie ist der bauliche Zustand der Schwimmhalle und der Sporthalle in Glotsche? Zweitens, bis wann liegt eine Nutzungsgenehmigung Betriebserlaubnis vor? Drittens, welche Sanierungsmaßnahmen sind kurzfristig notwendig, um den Bäderbetrieb und die Sporthallennutzung insbesondere für den Schul- und Vereinssport bis 2025 aufrecht zu erhalten und welche baulichen Ertüchtigungsmaßnahmen dazu notwendig sind? Mit welchen Kosten ist bei der Sanierungsmaßnahmen zu rechnen und wie können Maßnahmen zur Weiterführung des regulären Sport- und Bäderbetriebs finanziert werden? Also, die Bäder GmbH betreibt die alte Schwimmhalle in Glotsche so lange, wie es dafür eine Betriebserlaubnis gibt. Grundlage für die Betriebserlaubnis für die Schwimmhalle ist neben den baulichen Gegebenheiten unter anderem auch die Belange des Brandschutzes und auch die Wasserqualität. Diese einzelnen Komponenten unterliegen unterschiedlichen Prüfzyklen. Das aktuelle Statikgutachten zum Schwimmbecken ist noch relativ frisch, nämlich vom 11. November 2022 und das sagt aus, dass unter Beachtung der statischen Sanierungsvorschläge und diese Umsetzung erfolgt gegenwärtig eine Nutzung des Beckens für ein weiteres Jahr ohne Bedenken bestehen oder fortgeführt werden kann. Die nächste Begutachtung ist für den Sommer 2023 vorgesehen, während dem Wartungsarbeiten im abgelassenen und finden wie gesagt im abgelassenen Zustand statt. Aufgrund des Alters der Schwimmhalle ist natürlich damit zu rechnen, dass sich der Beckenzustand nicht verbessern wird, sondern eher verschlechtern und dass das natürlich auch je älteres wird, auch einer gewissen Dynamik unterliegen kann. Und was irgendwann mal zu einer Schließung führen kann, aber im Moment ist, wie ich es schon ausgeführt hatte, der Weiterbetrieb möglich. Was an Kosten anfallen würde und wie wir es dann entsprechend finanzieren, hängt von den jetzt Beauftragten und dann zu untersuchenden Begutachtungen ab und dann können wir darüber Festlegungen treffen. Gestatten Sie mir bitte noch die Nachfrage, Sie haben jetzt ausschließlich von der Schwimmhalle gesprochen, meine Frage bezog sich aber auf die Sporthalle neben der Schwimmhalle. Da würde ich mir mal erlauben, Ihnen das dann schriftlich zukommen zu lassen, weil da habe ich jetzt keine Auskünfte da und weiß ich auch nicht aus dem Kopf. Dann bedanke ich mich und das Ganze zeigt natürlich, wie dringend der Neubau ist. So, dann bringen wir auch die zweite Fragestunde zum Abschluss und da ist als letzte Fragende Fraktion Bündnis 90 die Grüne der Reihe mit Herrn Schulze. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, der Industriepark Oberelbe oder auch kurz Ipo soll zwischen Donau, Heidenau und Pirna entlang der B172A dem Zubringer zur A17 entstehen. Dazu wurde am 22. Mai 2018 ein Zweckverband gegründet von den Städten Donau, Pirna und Heidenau und zwischen dem Zweckverband und der Stadt Dresden besteht dann auch seit August 2018 eine Kooperations Vereinbarung. Jetzt beziehen sich meine Fragen darauf, was aktuell von Ihnen geplant ist, welches Engagement plant die Stadt Dresden oder Sie auch als Oberbürgermeister bei den Planungen und Entwicklungen des Industrieparks Oberelbe und wird über einen Beitritt der Stadt Dresden zu dem Zweckverband nachgedacht oder verhandelt. Es gibt noch zwei Nachfragen auch dann, aber erst mal die erste. Also, wir sind nicht Mitglied des Zweckverbandes und haben auch dieses Mal nicht Vorstreben das nicht an und die Kooperations Vereinbarung, die wir abgeschlossen haben, die konzentriert sich ausschließlich darauf, dass wir im Erfolgsfalle der Entwicklung uns dann mit engagieren, die Vermarktung also dafür dann entsprechende Ansiedlungen in der Kooperation mit dem Umland, also mit den Gemeinden auch dorthin zu bekommen. Also, das ist kein Beitritt zu dem Zweckverband gibt, das ist erst mal eine positive Information. Das heißt aber trotzdem dann, dass sich die Landeshauptstadt in irgendeiner Form bei der Grundstücksentwicklung, Gewerbeflächenentwicklung mit beteiligt und darauf würde sich eine Nachfrage nochmal beziehen. Also, welche Effekte oder Vorteile werden dann bei diesem Engagement bei dieser Entwicklung des IPO für die Stadt Dresden erwartet und würden diese dann die zu erwartenden Kosten dann, die damit verbunden sind, dann auch decken und für den Fall dann, dass es zu Grundstücksverkäufen, Gewerbeflächenverkäufen kommt, ist dann auch die Frage der Gewerbesteuer, die dort anfällt, zu klären. Wie ist da sozusagen jetzt der Stand der Dinge? Das ist ja übrig sicher. Wir sind nicht Mitglied des Zweckverbandes, insofern nehmen wir auch keine Mittel in die Hand, also keine Kosten und sind natürlich auch logischerweise am Ertrag nicht beteiligt. Was ist die Motivation? Ganz grundlegend, jetzt im Sinne der Vermarktung mitzumachen, Sie wissen, das haben wir schon häufiger auch diskutiert in diesem Rahmen, aber auch im Wirtschaftsausschuss insbesondere, dass größere zusammenhängende Flächen in der Region Mangelware sind, es ist infrastrukturell ein gut angebundenes Gebiet oder wird ein gut angebundenes Gebiet und ist natürlich damit in dem Gesamtkontext der regionalen Entwicklung spannend und da, wo keine Eigenangebote wir in der Stadt Dresden selber machen können, ist natürlich naheliegend, das ins direkte Umfeld zu bringen. Das ist das Ansinnen, mehr sind wir da nicht daran beteiligt. Na dann, vielen Dank erstmal. So, damit haben wir auch die zweite Fragerunde beendet und damit der Tagesordnungspunkt ist.